Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Buchrezension. Introvision aus der Essential Reihe des Springer Spektrum Verlags liegt heute auf dem Rezensionstisch. Die Essential Reihe liefert kurz und kompakt aktuelles Wissen in konzentrierter Form. Zum einen bedeutet das weniger Rumlaberei und zum anderen auch immer sehr überschaubare Preise. Das hier rezensierte Taschenbuch bzw Heftchen ist für 9,99€ zu haben. Wer in einem Fachgebiet auf dem Laufenden bleiben will, für den stellt diese Essential Reihe eigentlich regelmäßig adäquates Knowhow zur Verfügung. Dieses Heft hier beschäftigt sich mit der Introvision, ein von Angelika Wagner entwickeltes Konzept was verhaltenstherapeutische und auch tiefenpsychologische Ansätze verbinden möchte um Stress und Angststörungen effektiv zu behandeln und entsprechend daraus hervorgehendes Leiden zu verringern. In diesem Buch wird anhand von Praxiserfahrungen gezeigt wie man das Instrumentarium der Introvision praktisch relevant nutzen kann. Autorin sind Dr. Melanie Neumann und Diplom Pädagogin Kathrin Heck. Beide nutzen die Introvision auch in ihrem beruflichen Alltag und das macht das Buch so wertvoll. Denn man kann davon ausgehen dass man für 9,99€ keine der beiden Damen besonders lange beanspruchen kann. Das Heftchen umfasst ca. 40 Seiten und ist in 3 Teile gegliedert. In einem ersten Teil wird Introvision erst einmal erklärt. Wer hier allerdings auf eine Definition hofft und eine theoretische Abhandlung wird enttäuscht sein. Denn ganz im Sinne des Essential Gedankens wird keine Zeit verloren und direkt anhand eines skizzierten Behandlungsgesprächs eine Introvisionssitzung dargestellt, sodass ich dem Leser sofort erschließt intuitiv was es mit der Introvision auf sich hat. Grundsätzlich liegt der Ansatz zugrunde, dass eine fehlende Konfrontation mit Ängsten dazu führt dass die Ängste immer schlimmer werden und man versucht eben dann durch eine sogenannte Innenschau die Ängste zu identifizieren und dann entweder durch eine graduierte oder eine stufenweise oder einer massierten Konfrontation diese Ängste aufzulösen. Durch die Introvision wird also einfach nur das notwendige Heilungspotential aus dem Patienten selber herausgeholt. Was die Introvision einerseits sehr individuell und aufwendig macht, aber andererseits auch dem Patienten zur Erkenntnis verhilft, dass alles was er zur Heilung benötigt bereits da ist. Durch ein paar zusammenfassende Statements am Ende des Kapitels wird dann auch noch der universelle Einsatz der Introvision aufgezeigt. Im zweiten größeren Kapitel wird dann der praktische Einsatz einer Introvision inklusive der Voraussetzungen die dafür nötig sind bei einem Einsatz von Patienten aufgezeigt. Dort wird auch noch einmal herausgestellt wie wichtig es ist dass Patienten sich auch freiwillig dafür bereit erklären ihren Ängsten und auch den damit verbundenen Schmerzen zu stellen wenn diese Ängste hervorgeholt werden. Die Autorin bieten dazu auch kostenlos auf ihren jeweiligen Webseiten www.KathrinHeck.de und www.MelanieNeumann.de ein Infoblatt an was die Patienten die an einer Introvision Sitzung teilnehmen möchten sich herunterladen können. Weiterhin wird dann in diesem Kapitel auch noch einmal auf die Kerntechnik der Introvision eingegangen und das kann man umgangssprachlich wohl als sadistisches Bohren in offenen Wunden bezeichnen wobei man die Wunden dann erst meist noch öffnen muss. Es wird hier wirklich immer anhand von praktischen Beispielen auch dem Laien schnell und einfach erklärt was und wie die Fragestellungen lauten müssen. Im letzten Kapitel werden noch einmal kurz praktische Fallbeispiele für Anwendungsbeispiele genannt und ausgeführt. Auch wird gezeigt dass Introvision zwar vorrangig als Einzeltherapie ihre Stärken ausspielt, aber auch in Gruppen durchaus als sogenannte Introvision Leid praktikabel eingesetzt werden kann. Alles in allem wird die Introvision als eine effektive und effiziente Möglichkeit dargestellt mit kontinuierlich zunehmenden Stress und angstassoziierter Erkrankung zu therapieren. Wichtig dabei ist aber wirklich die Bereitschaft des zu therapierenden, dass dieser dann auch wirklich bereit ist Schmerzen zu erleiden, da man wirklich sehr penetrant die Ängste und die damit verbundenen Gefühle hervorholt und durchlebt und immer wieder draufdrückt. Das Buch macht wirklich durchaus radikalen Eindruck, aber es ist eine Mauer die Theorie der Introvision durch Studien und Belege die den Einsatz eines entsprechenden Instrumentaries rechtfertigen. Auch wird immer wieder darauf hingewiesen dass ein Fluting innerhalb der Introvision, also eine massive Überflutung mit dem schlimmsten Ängsten als erfolgreicher angesehen wird als eine graduierte Konfrontation. Dazu gibt es in der Literatur muss man sagen aber auch geteilte Meinung und wird meiner Meinung nach durchaus etwas zu einseitig dargestellt. Aber die Autorin stellen auch klar, dass nicht jeder für die Introvision geeignet ist und damit obliegt die Anwendung und das Einschätzen ob dies geeignet ist bei jedem Therapeuten und lässt also die Frage des Einsatzes recht offen. Hier findet man also wenn die Umstände passen ein praktisch relevantes Knowhow in einer klaren aber fundierten Sprache niedergeschrieben. Entscheidungsrelevante Theorien sind ganz klar gekennzeichnet und das Büchlein hat einen wirklich ganz klaren roten Faden. Das Buch wird dem Essential Gedanken wirklich zu 100% gerecht. Praktisch relevant, sehr kompakt und eine ganz klare Kaufempfehlung sowohl für Psychotherapeuten, Psychologen, Coaches und auch Lebensberater. 5 Stande von mir ohne Wenn und Aber. Viel Spaß beim Lesen und beim Nichtlesen. Machts gut Euer Christian. Ja. 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 Ja.